alter falter so jetzt lassen wir uns noch hier rein plumpsen und dann trinke ich erst mal was also das war hart für mich so irgendwas machen irgendwas mitnehmen irgendwas auflesen sehr schön dann geht es hier weiter oh nein das ist ja noch schlimmer den zweiten kriegt er auch gleich mit okay vielleicht muss ich einfach nur laut sein okay äh gibst du mir bitte danke mal in augen einfach so random in irgendwelche sachen och ne das ist eine blöde ansicht das ist eine richtig blöde ansicht die mag ich gar nicht ja verschätzt ich hoffe das muss jetzt nicht noch mal machen aber das nie gott sei dingelchen ich mag das nie nein das ist gemein warum so viele rechten nicht auch zwei ich bin mehr die die sich verkrabbelt na toll oh man ey na das wird wieder fun 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 spaß 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 jala jala was auch immer maph so immer wenn die schreien ausholen oder ich weiß es doch auch nicht Aber ich habe aus! Wie gemein! Kommt raus! So. Ja. Was? Aber den hatte ich! Ohohoho. Ähm, Entschuldigung. Ohoho. Überlegt mal, davon gibt es Speedruns. Nicht in einer Million Jahre. Habe ich auch nur gesehen, weil es mir auf YouTube angezeigt wurde. Neben einem anderen Video. Wo ist der Hammer hingeflogen? Das war fast gut. Wenn er es nur schaffen würde! Er holt zu lange aus! Das geht nicht mit Kombus. Der muss seine Muskeln noch ein bisschen leveln. Gemeinheit. Aber... Ich habe doch ausgeholt! Mach schneller! Warum sind die Kinder so gemein? Wir könnten uns alle an den Händen halten rausgehen. Auf dem Spielplatz spielen. Es wäre alles so viel leichter. Da könnt ihr dann auch kreischen, wie ihr wollt. Easy! Ich wünschte, hier gäbe es schon einen Speicherpunkt. Sehr gut. Kommt, Speicher! Jetzt gibt es einen Speicherpunkt. Perfekt. Ähm, okay. Der Hammer liegt immer noch da. Das heißt, wir brauchen ihn auf jeden Fall noch. Okay. Okay. Oh mein Gott, mach doch! Du! Ah! Okay. Okay. So. So. Okay. Hallo? Das ist doch unser Freund! Doch nicht mehr alleine. Immerhin haben sie ihn nicht gleich gefressen. So wie uns. Oh nein, sie weint. EIN- 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 Vielen Dank.